Damit er auch lernt, wie man eine andere Dame verführt. Verführt ist auch gut. Also von mir hat er eine 10 erhalten. Eine 10? Ja. Du wirst einfach aufgesogen, wirst richtig eingesaugt von dieser Atmosphäre und von dem ganzen Drumherum. Und dann irgendwann wirst du ohne Vorwarnung wieder rausgespuckt. Leider passiert es halt auch immer wieder, dass Lambi das Feingefühl bei seiner letzten Reise in Sibirien vergessen hat. Ich glaube, es ist noch weiter weg. Oder noch weiter weg, ja. Let's talk about Dance. Exklusive Einblicke. Packende Hintergrund-Stories zur aktuellen Let's Dance-Staffel. Spannende Gäste. Der Podcast mit Profitänzer Christian Polanz. Let's Talk Hey Lieben, herzlich willkommen. Bevor es richtig losgeht, hier noch ein wichtiges Update zu unserem Let's Talk About Dance Gewinnspiel auf Instagram. Leider ist es nach Rücksprache mit den Verantwortlichen nicht möglich, die zwei Let's Dance Tickets für die TV-Shows zu verlosen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber hey, so ist das Leben. Ich habe mich natürlich vorher versucht zu informieren und es hat eigentlich alles gut ausgeschaut. Aber jetzt hat es leider doch nicht geklappt. Aber stattdessen habe ich mir gedacht, hey, als Wiedergutmachung bekommen wirklich sowohl Platz 1, 2 und 3 jeweils 12 Monate meines Dance-It-Fitnessprogramms dazu. Das heißt, ihr könnt zwölf Monate lang for free trainieren, Spaß haben mit mir und meinen Master-Trainern, die alle Teil dieses Programms sind und natürlich fit wie ein Turnschuh werden. Und was ihr aber noch gewinnen könnt, also quasi anstelle der zwei Tickets, sind ein Meet & Greet mit mir, bei mir in Ingolstadt in meiner Tanzschule in Form eines Workshop-Wochenendes, wo ihr dann natürlich auch eingeladen seid. Und zusätzlich bekommt ihr auch noch Zugang, sowohl online als auch, wenn ihr Bock habt, live und persönlich bei mir in Farbe aufzutauchen zu meiner Studio Polans Academy. Ich hoffe, das ist was, was euch Spaß macht. Schaut euch gerne die Infos zu beiden Dingen in den Beschreibungen an, wenn ihr genau wissen wollt, was das bedeutet. Was ist die Studio Polans Academy, was ist Dance-It-Fitness und so weiter. Schaut es euch an und dann hoffe ich, dass ich euch trotzdem was Tolles dafür bieten kann, dass ihr mir zuhört, dass ihr die Show toll findet und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Dance und ich freue mich riesig, heute Michael Hall zu Gast zu haben. Die Let's Dance-Veteranen unter euch werden sich sicher an Michael erinnern. Er ist nicht nur Weltmeister in verschiedensten Disziplinen von Standard-Lateintanz über Breakdance und sonstige Dinge. Ich finde, er ist auch ein richtig cooler Typ und war natürlich ein wichtiges Mitglied am Anfang in den ersten Staffeln von Let's Dance. Ja, erstmal hallo, vielen Dank nochmal, herzlichen Dank für die Einladung, für diesen Podcast. Ich finde es immer ganz toll, dass man darüber noch redet. Schade, dass ich als Wertungsrichter nicht mehr dabei bin, aber ich habe sowieso viel Spaß gehabt mit euch und gerade auch natürlich mit dir, Christian. Ich habe ja gesehen, wie du zum Beispiel aus den jeweiligen Probanden Tänzerinnen gemacht hast und das war ja wirklich ein Dance-Factory, was wir in der Zeit erlebt haben. Das freut mich zu hören, Michael. Also ich denke mal, es gibt schon einige Rufe, die ich auch immer wieder vermissen als Wertungsrichter bei Let's Dance. Und dementsprechend, ich kann es verstehen. Ich fand, A, hast du auch eine Menge Expertise in verschiedensten Stilrichtungen, was natürlich gerade für Let's Dance, auch gerade vielleicht, wie sich es entwickelt hat in der Zeit jetzt. Mit Contemporary hatten wir ja früher nicht und dann vielleicht auch so Street-Style-Tänze und all diese Sachen. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, da haben wir, wenn man das jetzt nicht explizit auch gemacht hat, haben wir keine Expertise da drin. Ich bin ein Latein-Standard-Tänzer und kein Hip-Hopper. Ich kann das mir so yeah, yeah antrainieren, aber das ist natürlich was anderes, als wenn man das von der Pike auf mit gelernt hat. Ja, das ist richtig. Aber Christian, du bist ja auch ein Tänzer und Tänzerin, klar, du hast Bewegung für Musik und die ganze Kinetik hast du ja auch. Im Endeffekt ist das natürlich leichter für eine Show, das zu lernen. Klar, wenn man zum Turniertanz kommt, dann ist es natürlich eine ganz andere Ebene. Und da finde ich schon manchmal, das ist ein bisschen zu kritikvoll, wenn Herr Joachim Lambi ein bisschen zu sehr mit Vergleich mit den oberen Profiklassen, wenn zum Beispiel gerade, wenn man diese Probanden gerade mal über eine Woche da hingekriegt hat, dass er vielleicht jetzt mal endlich mal die Rechtstimmung hingekriegt hat bei 1, 2, 3. Ja, und dass er endlich mal das hingekriegt, die Gunn-Substanzen und dann wird er so hoch kritisiert. Da finde ich das manchmal nicht ganz gerecht. Da finde ich die Motsi Mabuse schon geschmächlicher, die holt die Leute ab und hilft sie da auch, wo es dann lang geht. Das ist natürlich besser, klar. Ja, da werden wir uns dann gleich noch unterhalten, wie du da vielleicht auch manche Dinge konträr zu Joachim Lambi siehst. Oh, da gibt es einiges. Also erstmal, es war ja eine besondere Sendung. Show 6 stand ja unter dem Motto Partner-Switch. Das heißt, jeder Promi hat einen neuen Partner an seine Seite bekommen und ich habe das selber letztes Jahr auch noch einmal erlebt und ich fand, das war eine sehr interessante Erfahrung, weil die Leute jetzt schon so ein paar Wochen mit ihrem eigenen Partner haben, wo sie so ein paar Grundlagen haben, aber jeder Trainer hat ja auch so seine eigene Sprache und beim Tanzen gibt es immer wieder ähnliche Dinge, wo man versucht, hey, wie bringe ich dem jetzt Körperspannung bei, wie bringe ich dem bestimmte Bewegungen bei, Rotationsaktionen und jeder hat so eine andere Art und vielleicht macht dann plötzlich kommt ein neuer Partner, der erklärt es ein bisschen anders und dann macht es Klick und dann funktioniert es. Ja, was ich bei Detlef sehr gut fand, Detlef De Sous, natürlich hat er natürlich das Glück, dass er vorher jetzt Katrin hatte, vorher E-Kat, außen ja sind zwei sehr ehrgeizige, dynamische Damen, muss ich ja sagen. Da hat er Glück gehabt, weil er fast den gleichen Level weitergehen konnte, um seine Grenzen erreichen zu können. Er kann auch viel mehr vertragen. Aber ich fand auch, diesen Partner-Switch hat natürlich auch für Valentin, auch mit seiner neuen Dame, die war ja auch sehr gut gestern, das hat mir sehr gut gefallen. Ah, mit der Sophia? Ja, der Langsamer Walzer war sehr gut, also das hat mir sehr gut gefallen, mit welcher Ruhe. So gesagt, die beiden haben also, er hat es verstanden mit ihr, eine Geschichte zu vertanzen, man komplett Bayern in diese Geschichte involviert. Und ich fand es auch ganz toll, also da muss ich sagen, da war der Vorteil, dass man so einen Partner-Wechsel macht. Aber findest du prinzipiell schon mal auch eine gute Sache? Wie gefällt dir der Partner-Wechsel? Ja, finde ich gut, weil in der Tanzschule wird es ja hauptsächlich auch praktiziert, auch bei West Coast Swing, Jack & Jill nennen wir das, dass man Partner tauscht. Einerseits ist es für den Herrn immer gut, damit er auch lernt, wie man eine andere Dame führt. Verführt ist auch gut! Da kommen die Geheimnisse des Tanzens, weil darum geht es ja eigentlich. Wir wollen ja die Dame führen, aber eigentlich verführen. Ja, steigen wir mal ein. Also ich finde, es war eine sehr interessante Show. Und das Opening, wir haben immer wieder Openings, wie dieses Mal ein Einzelpaartanz-Opening von Alex und Patricia. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde es mal im schönen Kontrast zu diesen ganzen Gruppen-Openings. Und die beiden haben auch zu einer schönen Musik meiner Meinung nach wirklich ein tolles, stimmungsvolles Opening gemacht. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es auch sehr gut gefallen. Und das, was du auch gesagt hast, es war immer schön, mal ein Paar mal alleine zu sehen, die natürlich ihre Kunstart wertvoll rüberbringen. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Das war sehr viel Ruhe drin. Man konnte sich quasi auch das ganze Paar, nicht unbedingt das ganze Pyrotechnik hinten links, rechts und vorne, alles. Ja, klar ist es eine Show, wie zum Beispiel dieser Scholle, kanadische Show, sind ja auch immer ganz toll. Aber man hat auch mal den Kontrast, der Genuss, der Ruhe erleben können bei dieser Show. Das fand ich sehr schön. Das stimmt. Also ich fand es auch ein tolles Opening. Hat mir Spaß gemacht. Ja, also ein Paar, das mir auf alle Fälle auch gut gefallen hat, muss ich sagen. Und wo ich jetzt fand, dass die neue Paar-Konstellationen mir eigentlich gut gefallen haben, waren Jana mit dem Massimo. Die haben ja gleich die Show eröffnet mit der Samba. Wie fandst du diese Kombi mit Massimo und Jana? Und wie hat es dir gefallen? Also ich finde es gut, dass diese neue Konstellation, diese Herausforderung sehr gut annehmen und das einerseits sehr, sehr gut an- und umsetzen. Klar, du hast ja recht, was du vorhin schon gesagt hast, jeder hat eine neue Idee, eine andere Bewegungsform. Darin müssen sich diese neuen Probanden sich dran gewöhnen. Und das hat sie sehr, sehr gut gelöst und das sah sehr authentisch aus. Gewinnspielwort Nummer 1. Dance. Also mir hat zum Beispiel gut gefallen, also Jana hat eigentlich immer eine gute Energie, was das so angeht. Aber was ich bei ihr tatsächlich sehen konnte und das sieht man nicht so oft. Ich glaube auch Mozzi hat es irgendwie auch angesprochen. Das ist, dass die ein Gefühl haben für Rotationsbewegungen. Das heißt, dass nicht nur unten die Füße irgendwas machen und oben, sondern dass man wirklich sieht, ah okay, das ist so, wir sagen ja auch so Crossbody-Action und solche Sachen. Ja und das habe ich bei ihr so in Zügen auf alle Fälle schon gesehen. Also der hat schon verstanden, wie man sie in Drehung verbinden kann, wie die Drehungsachsen da laufen sollen. Dass sie auf ihren Füßen dreht, nicht nur aus den Armen heraus mit kraftvoller Drehung, das natürlich stressvoll ist und was man später auch später gar nicht bremsen kann. Dass sie selbst auch die Kontrolle da erlernt hat, dann zeitgemäß richtig zu stehen. Ja, finde ich auch, hat man super gesehen. Mir haben im Speziellen sogar die Running Promenades ganz gut gefallen, weil ich weiß auch, das ist immer sowas, was ganz schwer auch so nach einer Skisprung-Gedächtnislandung aussieht. Telemark. Ja genau, der Telemark. Und da finde ich, das hat sie aber sehr gut gemacht. Ja, sie hat das sehr gut gemacht, dass sie nicht aussah wie Eddie the Eagle. Eddie the Eagle. Sie hat natürlich auch das Timing sehr gut hingekriegt, die hat auch die Drehung zur richtigen Zeit geöffnet, die Promenade und die Gegenpromenade, das war alles klar. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Meistens nennen wir die Leute immer ganz gerne immer diese Running Promenades als erstes, weil die ihre Energie rausfließen lassen wollen. Aber sie hat es rhythmisch sehr gut rausgeflossen. Das fand ich auch, also habe ich mir auch extra notiert. Jana hat immer ein bisschen noch Probleme auch mit den Füßen manchmal in den Positionen. Das kann man jetzt über den Fernseher immer nicht ganz so detailliert sehen. Man sieht es vielleicht nur mal hier und da. Und eine Sache, Lambi hat angesprochen, dass ihm das nicht genug Attacke war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, weil das war jetzt auch keine Power-Power-Samba. Es war ein bisschen mehr Ladylike. Das Lied war ja auch ein bisschen, sag ich mal, verspielt. Da hat er ja so ein bisschen Flamenco-Anleihen drin. Also hattest du das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie nicht Attacke gibt? Ich habe so ein bisschen ein Problem mit dieser Aussage, weil manche Musiken erlauben das meiner Meinung nach einfach nicht. Absolut, ja. Das ist richtig. Man muss nur wissen, wo man Gas geben kann, wo man körperlich bremsen kann, rhythmisch gesehen. Und wenn man komplett zu viel Attacke gibt, dann kann es sein, dass es auch für den Probanden zu schnell ist. Dann ist man beschäftigt, als Tänzer oder Tänzerin denjenigen dann zu bremsen, damit es noch einigermaßen aussieht. Dann ist es eigentlich alles verloren. Aber ich fand das ganz gut, ganz clever gemacht, wie er zuerst proportional die Schritte, die Elemente ein- und umgesetzt hat, damit zum Beispiel sie sehr gut balanciert aussah. Und das war authentisch. Also es passte alles in dem Sinne für die Figur. Es passte in den Takt. Und es passte auch für die Bewegung, die sie darstellen wollten mit der Musik. Das hört sich gut an. Von der Jury gab es 8, 8, 7. Ich würde ihr tatsächlich auch eine 8 geben. Was würdest du sagen, Michael? Ich hätte da schon eine 9 gegeben, weil es eine Herausforderung ist, dass man dieses Timing genau hinkriegt, gerade bei den Running Promenads. Es ist nicht so einfach. Timing ist mal ein toller Übergang für das nächste Paar. Nämlich Bion mit der Malika, mit dem Quickstep zu L-O-V-I. Ja, Timing. Wie hat dir der Quickstep gefallen? Mir hat der Quickstep nicht sehr gut gefallen, weil Bion war noch nicht so ganz sicher in den ganzen Teilen. Malika kann das sehr, sehr gut überspielen. Zum Glück das lange Kleid bei den durchgelaufenen Chassis. Hat man das vielleicht als Zuschauer nicht gesehen, aber wir als Profis sehen das sofort, dass da unheimliche Unebenkeiten sind. Aber ich glaube, leider wird er wohl einer der Nächsten sein, der Ave Maria sagen wird. Ich sage immer, schätze ich mal. Aber das war nicht so... Dafür bist du da. Du sollst dir deine Meinung sagen, um Gottes Willen. Der Tango von letzter Woche, was die gemacht haben mit Malika, das war richtig klasse. Aber gut, das war natürlich mit einem anderen Partner. Das war natürlich nicht mit Bion. Das weiß ich, ja. Aber ich wollte nur sagen, dass Malika wirklich da sehr gut getanzt hat, die Woche davor mit ihrem Tango. Das war mit Kelly. Das war richtig klasse. Aber Bion ist noch nicht ganz zu Hause damit. Also ich finde halt, bei ihm ist gerade mit Standard irgendwie ein bisschen der Wurm drin, weil ich fand, bei ein paar Latein-Tänzen, wo er ein bisschen offener sein konnte... Bei allen ist das schon der Tänzen, ein bisschen... Ja gut, es gibt Ausnahmen, würde ich sagen. Zum Beispiel die Gewinnerrenne von letztem Jahr, die Anna, würde ich sagen, deren Steckenpferd waren schon wirklich eher die Standard-Tänze. Also da war sie schon wirklich besonders drin. Ja, also bei Bion, ich meine, zugutehalten musste ich den beiden. Das war wirklich ein hohes Tempo. Ich fand so einen Ticken besser seine Haltung auf alle Fälle als zuvor bei dem letzten Standard-Tanz noch. Und er ist halt gut, wenn es in die Solo-Parts geht. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt das klassische Standard nimmt, natürlich jetzt nicht die Aufgabenstellung. Was mich so ein bisschen bei Bion tatsächlich die ganze Zeit, ich habe es auch, glaube ich, in dem vergangenen Podcast schon immer mal erwähnt, ist, dass Bion hat so einen Kopf, der fast manchmal so schwimmt auf seinem, das kann manchmal cool aussehen, aber gerade im Standard, wenn das dann so ein bisschen rumeiert, sag ich mal, dann fällt mir das, also mir fällt das extrem negativ auf. Es ist ja manchmal, du schaust so an und denkst dir irgendwie, gar nicht so schlecht, aber irgendwas stört mich. Und ja, es wurde auch angesprochen von der Jury, das Becken war ein bisschen hinten, dann kriegst du natürlich keine Power auf die Füße. Das hat natürlich Lambi auch bei einem anderen Paar gesagt, dass das Becken bei den Standard-Tänzen zu weit hinten ist. Aber das Standard-Tanzen gegenüber zu früher, wo Lambi noch getanzt hat, als er sich bewegt hat, hat sich natürlich weitausgehend sehr stark verändert. Das stimmt wohl, das stimmt wohl, ja. Hat sich geändert. Und bei einigen Bewegungsmaßnahmen, damit wir das Bein aus dem Becken, aus dem Rücken schwingen können, muss das Becken nicht vorne sein. Wenn das Becken vorne ist, dann klemmt es ja das Bein ein. Das stimmt in gewisser Weise. Ja, das klemmt die Bewegung ein. Und da brauchen wir natürlich einen gewissen Stand, bei gewissen Standard-Tänzen einen gewissen anderen Stand. Bei Tango ist klar, da stehe ich ja kompakter, bin langsam Walzer ähnlich, aber bei Quick-Step und Slow-Fox von Wiener Walzer, da muss ich frei schwingen. Dann ist es okay, wenn die Hüfte leicht ein bisschen dahinter ist. Für die Zuschauer und Zuhörer, es geht natürlich jetzt nicht darum, dass der Arsch irgendwo hinten hängt, sondern es geht nur darum, dass es jetzt nicht so dieses Krasse nach vorne sein muss. Aber mir ist auch aufgefallen, weil Bion ist normalerweise immer recht, zumindest recht sicher. Und dieses Mal war das so ein bisschen so, dass es nicht so sicher war. Das war meine Schwester. Für alle, die sie kennen. Und es sind ja vielleicht auch einige aus der Tanzwelt. Was mir aber diesmal bei Bion aufgefallen ist, normalerweise ist er mal recht sicher. Und dieses Mal waren es viele Fehlerchen, viele Vertapseler. Und das war ein bisschen schade. Und naja, von der Jury gab es 7-7-4-Punkte von Lambi, der da auch sehr, sehr kritisch war. Ich hätte ihm tatsächlich hier 5 Punkte gegeben, weil es war mir insgesamt ein bisschen unrund. Tatsächlich, wobei es mir fast leid tut, weil es war auch nicht schlecht, aber es war jetzt eben auch nicht irgendwie überdurchschnittlich gut. Was hättest du da gesagt? Ich hätte ja auch zwischen eine 4 und eine 5 gegeben. Okay. Weil der Vergleich wird immer spitzer jetzt. Die anderen hauen da richtig rein. Und er wird langsam das letzte Teil vom Zug sein. Sag mal, Michael, vielleicht müssen wir unsere Zuhörer und Zuschauer kurz abholen. Sag mal, wo bist du denn eigentlich gerade? Weil man sieht natürlich im Hintergrund immer was machen, aber du bist natürlich auch ein vielbeschäftigter Mann. Und deshalb, wo bist du denn? Und was passiert denn da gerade so? Also was zurzeit passiert ist, ich bin in der Tanzschule und da haben wir unseren Integrationskurs in Saal 2. Da haben wir unsere Hip-Hop-Kurses in Saal 4. Und da haben wir natürlich unseren Formations-Hip-Hop-Kurs da drüben in Saal 3. Und die bereiten sich alle für die Meisterschaft für Dance to the World, was wir in der Schlossweilhalle zu Osnabrück haben, am 3.4.5. Und das ist natürlich hober-dober. Wir sind natürlich auch dabei bei Special Olympics und da bereiten sich auch natürlich sehr, sehr viele junge Leute sich dafür. Deswegen hört man auch noch im Hintergrund Geräusche oder meine Schwester kommt als Choregrapherin hin und her. Alles gut. Ja, aber wir wollten euch daheim auch nur abholen, damit ihr nicht denkt, hä, ist mein Kopfhörer, ist irgendwas kaputt damit oder so? Nein. Es ist ganz normal, aber so ist es halt. Life is life, so ist das Leben. Und apropos life, wir haben es vorher schon ganz kurz angesprochen, Detlef und Katrin haben einen modernen Wiener Walzer zu dem Lied Lose Control getanzt. Und wie hat der dir gefallen? Sehr gut. Sehr gut. Er war im Timing. Jeden Schritt hatte er einen Schlag. Der hat nicht gesnatcht, sag ich mal, der hat nicht ein, zwei, drei, ein, zwei, der hat Bomben, tak, tak, Bomben, sehr schön getackt. Fußarbeit war gut, die Vorbereitungen für die Drehungen waren sehr gut. Also mir hat es sehr gut gefallen, wie die jetzt zum Beispiel beide in Ruhe diese raumgleitenden Figuren und auch Bewegung da vollends gebracht haben. Das war sehr, sehr harmonisch und ruhig aus. Wenn man bedenkt, dass der Wiener Walzer bis zu 60 Takte in der Minute hat, ist das natürlich sehr viel Kontrolle, dass man das dann untereinander bringt. Und natürlich auch Lose Control ist zur Zeit auch im ADTV jetzt gerade der Tanz des Jahres geworden mit einer tolle Choreografie. Und ja, deswegen, ich fand das Lied schön und ich fand auch, wie Detlef, wie die beiden miteinander getanzt haben, sehr, sehr gut. Die Katharina. Kann ich auch nur wiedergeben, ich muss sagen, der Detlef ist immer eine Garantie für eine coole Show, weil er ist natürlich auch, er hat eine Bühnenpräsenz, die hat er hier auch wieder gehabt. Kathrin hat ihn auch gut in Szene gesetzt. Ich fand tatsächlich, seine Haltung hat sich verbessert auch nochmal. Ja, absolut. Mir fallen normalerweise, das war mein größter Kritikpunkt bei ihm bisher auch und es ist immer noch da, aber mir sind seine Füße wesentlich weniger negativ, sagen wir mal, aufgefallen, als in den Lateintänzen zuvor oder in den anderen Tänzen, die er bisher hatte. Weil da hat es ihn für mich eben wirklich die Zehen gekostet, weil ich gesagt habe, hey, aber die Füße, sie gehören nun mal auch dazu. Um das Ganze, ja, auch tatsächlich abzurunden und nicht nur abzurunden, sondern letztendlich, die Füße sind ja unsere Verbindung zum Boden und daher kommt die Qualität, die Bewegung, die Power, alles muss sich ja vom Boden über die Füße und Beine entfalten. Ja, du hast ja recht. Ich meine, ich habe ja öfters auch Ekaterina angeschrieben und sage, Qualität kommt nur durch Qual und er muss gequält werden, weil er kann das tragen, er kann das tragen und man sieht jetzt auch die Entwicklung bei ihm so ganz langsam mehr und mehr und dass er sich da in diesem quasi Standard-Tänzen, was für Anfänger in dem Bereich was, wo die sich gerade drin bewegen, ganz schön schwierig ist. Einige Hochzeitspaare kommen ganz gerne so ein paar Tage vorher, wir haben Hochzeit, ja, wir möchten so gerne tanzen wie letztendlich, und dann läuft das auch. Ja, okay, gut, es gibt Voraussetzungen. Na gut, aber ich fand das trotzdem, ja, du hast recht, die Fußarbeit ist aber schon im Endeffekt im Vergleich schon viel besser geworden und da muss ich sagen, ich finde es gut, wie er sich aufrichtet, eine schöne Aufrichtung hat er, es ist ruhig und er schwingt, es sieht gut aus. Also definitiv, mir ist manchmal ein bisschen aufgefallen, dass es nicht immer, aber es gab ab und zu mal diesen kleinen Hops nach oben, sag ich mal, da war, das merkt man immer dann, wenn natürlich, wenn die Beine mal kurz, ja, wenn die Beine mal ganz kurz zu viel Kraft bekommen, anstelle, dass man locker drüber schwingt, und es gab ein paar kleinere Unsicherheiten, aber die waren wirklich, ja, minder. Mir hat es sehr gut gefallen, weil da waren zwar relativ viele Hebefiguren drin, aber ich bin auch ein Freund davon, wenn man, oder ich habe das auch immer versucht, wenn ich Hebefiguren oder Tricks oder sowas einbaue, dass die dann aber trotzdem nicht zu viel Zeit wegnehmen, nicht fünf Sekunden vor der Hebefigur die Vorbereitung, dann die Hebefigur, dann nochmal fünf Sekunden wieder hinstellen und wieder aufrichten und dann geht es wieder los, sondern, und das finde ich, ist Katrin auch so ein Ding, das ist so Hebefigur-Tricks, du denkst, oh, was ist da passiert, oh, und schon geht es wieder weiter und deshalb finde ich das dann auch okay. Mehr hätte es jetzt für mich nicht sein dürfen, aber es war eine moderne, ein moderner, geiler Wiener Walzer. Ich muss sagen, für mich gibt es da, also von der Jury erstmal, gab es 9-9-9 und ich war hart am Kämpfen, für mich gibt es eine 9 mit Super-Sternchen. Ja, von mir gibt es auch eine 9, also ich tendiere mehr zu 10, weil ich genau weiß, wie schwer das ist, immer sei es diese konstante Takt-Haltung, die ganze Zeit zu halten und natürlich auch die ganzen Figuren miteinander und er hat das einen guten Job gemacht, also er hat sowieso, Detlef, ich muss sagen, klar kenne ich ihn, hat eine gute Entwicklung gemacht und er ist sehr ehrgeizig dabei, das Weite zu halten. Ich hoffe, dass die Zuschauer, es ist auch genauso sehen, genauso honorieren, aber wir kennen das selber, manchmal sind die Zuschauer in der N-Wertung wirklich radikal und hauen das ganze Wertungssystem von den Jury-Mitgliedern komplett in den Eimer. Ich sage mal so, das macht es auch irgendwie dann spannend und spannend ist, weil das nächste Paar war quasi genau die umgekehrte Paarung, das war Marc und Ikat, normalerweise tanzt er eben Marc mit Katrin und Peter Detlef mit der Ikat und genau das umgekehrte mit dem Passo Doble zu Espania Cani. Ich durfte nie zu Espania Cani tanzen in 15 Jahren Let's Dance und Marc durfte es und es hat aber zu ihm gepasst, oder? Wie hat es dir gefallen? Ich fand das sehr gut, wie er sich dargestellt hat, die Position, die er dargestellt hat, auch am Anfang seine Flamenco-Teile, bevor die Musik angefangen ist, die schöne Hebefigur über seine rechte Schulter, wie leicht sie runtergekommen ist und ich fand auch seine Darstellung, wie er es da geführt hat, bei einigen Twist-Turns war er noch nicht ganz richtig im Shape, aber sonst muss ich sagen, er hat das Bild sehr schön abgegeben, nicht nur durch die tolle Kleidung, die Katja Convence, also für jeden ausnahmelos, wirklich also toll vorbereitet, das hat sich auch sehr gut dargestellt, aber trotzdem fand ich Marc, dass er authentisch sich da bewegt hat und das sah auch gut aus. Also die Punkte hat er da verdient, für diesen Passo Doble. Also finde ich auch und ich sage mal, Passo Doble ist ja mehr wie alle anderen Tänze, ist ja dieses bildhafte Darstellen einer Szene, eines Kampfes, aber eben nicht nur. Es gibt ja auch verschiedene Elemente, wir sind ja beim Passo Doble längst darüber hinaus, dass es nur noch das Rumbarschieren in der Arena ist, Gott sei Dank. Und ich muss auch sagen, er hat eine sehr, hola, da geht es ab im Hintergrund, er hat eine sehr schöne Stimmung erzeugt, diese Passo Doble Stimmung, also dieses ruhige, aber trotzdem sehr fokussierte und dominante und hatte viele typische Positionen und Bilder, genau das, was du auch gesagt hast. Gewinnspielwort Nummer 2, Liebe. Ja, also was natürlich schwierig ist, bei den vielen guten Positionen, die man so hat, wenn man statisch irgendwo rumsteht, weil das kriegt man noch einigermaßen hin, aber was natürlich die Schwierigkeit ist, beim Passo Doble gerade, ist, dass man dieses Bild, diese Bogenspannung auch transportiert im Raum, ja, diese schreitende Bewegung und das ist wirklich die Challenge und das ist das, was es so schwierig macht und das war auch das, wo du dann gesagt hast, ja, bei so Positionen wie Twist Turn zum Beispiel, dass da, weil da hat man Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen drin, dass da auch das Becken vorne bleibt und nicht mit einem Rückwärtsschritt dann auch zurückfällt und das passiert natürlich leicht, wenn man da nicht lange dran rumtrainiert und das ist auch das, warum Passo Doble oft so slapstickhaft ausschaut. Ja, du hast recht, also das kann sehr schnell zu einer Lachnummer werden, richtig, und aber der hat das natürlich auch gut verpackt, das war sehr gut in einen Rahmen eingepackt und man hat das natürlich nicht so offensichtlich gesehen, gerade bei den Twist Turns ist es natürlich das Nehmen, Geben der Spannungsbeziehung des Paares, was man in den Körpern hat, nicht in den Armen, in den Körper, weil da kommt ja die Geschwindigkeit über den Druck, der Teilgewicht der Füße, damit man genau die Geschwindigkeit hat, bei den Twist Turn die Dame schnell in diese Halbedrehung zu führen. Ja, aber trotzdem fand ich das gut, was der Marc gemacht hat, es ist nicht so einfach, der Passo Doble darzustellen, genau die Position, die Bewegung, wo zum Beispiel die Kappa sein soll, das hat er ja schon gut verpackt, also von mir hat er eine 10 erhalten. Eine 10? Ja, weil ich das gar nicht so schlecht fand, also gerade für so einen Anfänger, ja klar, es ist natürlich noch nicht die Spitze, das wissen wir, aber im Vergleich, es hat er ja natürlich eine gute Position da gezeigt, er hat ja gut diese Bewegung, die Gegenbewegung, das kommt noch alles, aber er hat mich komplett in seine Geschichte mit einberauscht. Ich fand es auch gut, wie diese Hebefue am Anfang ging, wie er das Ganze gerundet hat. Okay, also von der Jury gab es noch nicht ganz die 10, 9, 8, 8 und ich muss sagen, ich gehe tatsächlich auch mit der 8 mit, also es hat, aber cool, wenn es dich schon so abgeholt hat, umso besser, ja, umso besser. Bevor wir zu etwas kommen, was uns wahrscheinlich beide nicht ganz so abgeholt hat, gibt es noch eine Situation, da wollte ich kurz mal drüber sprechen, ich musste da so lachen. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, Michael, aber das männliche Ritual, dass man sich gegenseitig auf den Popo klappst, hast du auch schon mal gemacht? Nein, ich habe das nicht gemacht, aber wenn ich das zum Beispiel sehe, dass andere machen, und das kommt natürlich auf die Situation an, ist das natürlich eine freundschaftliche Geste, dass man sich gegenseitig so, ja, also, klasse, super, also, im Endeffekt hat das ja nicht so die Gewichtung, wie vielleicht andere es sehen möchten, wollen, denken, oder wie auch immer, es ist einfach nur eine tolle Gestik, genauso wie Schulterklapsen, eben halt, dann haben sie eben halt die Weichteile getroffen. Also auf dem Popo ist vielleicht noch, also es macht man, wenn man noch dicker miteinander ist und so, dann gibt es einen kleinen auf dem Popo, ja, bam, hast du das super gemacht, ja, ich bin stolz auf dich. Sie sind ja alle sehr, sehr eng ja zusammen verbunden, die ganzen RTL-Let's Dance-Leute. Das stimmt. Die sind ja, also, da haben wir einen ganz anderen Zusammenhalt. Ja, das ist, das ist, kommt dadurch, dass nur die Leute, die das mitmachen in diesem Moment, auch wirklich verstehen, was es bedeutet, das zu machen. Das versteht kein Partner, das versteht niemand drumherum, das versteht man nur, wenn man es gerade erlebt und das ist ja auch immer das, was ich mir so, manche Leute sagen immer, warum sind denn die da so gefühlsduselig und so und ich sage, ja, aber es ist, du wirst einfach aufgesogen, wirst richtig eingesaugt von dieser Atmosphäre und von dem Ganzen drumherum und dann irgendwann wirst du ohne Vorwarnung wieder rausgespuckt aus dem ganzen Ding und dann so, oh, was ist jetzt passiert? Ja, wo, wo, ich war doch gerade noch bei Let's Dance und jetzt bin ich wieder im normalen Leben. Das ist schon, also egal, wie, wenn man da einiger Zeit mit dabei war, dann fällt man auf alle Fälle schon, so eine kleine Let's Dance-Depression gibt es auf alle Fälle immer, wenn man dann rausgefallen ist. Ähm, ja, wenn wir schon gerade bei Depressionen sind, ist jetzt zwar keine charmante Überleitung, aber das nächste Paar war Ann-Kathrin und Vadi mit dem Cha-Cha-Cha zu Timber. Ja, das war die schlechtest bewertetste Leistung des Abends. Wie siehst du das? Ich fand, dass die Ann-Kathrin Bendixen mit ihrer Leistung nicht unbedingt so ideal war. Das fand ich nicht gut. also Ann-Kathrin, das hat ihr extra aufgeschrieben, die hätte mehr machen können mit ihrem Cha-Cha-Cha, das war nicht so unbedingt das Beste vom Ei, was da, fand ich auch natürlich die schlechteste Bewertung, zu Recht auch. Der Cha-Cha-Cha war nicht so unbedingt authentisch da hergebracht, das war nicht, nicht zu Hause. Ja, ich denke mal gut, Ann-Kathrin weiß selber, dass sie jetzt wahrscheinlich nicht unter den, unter den Top-Tänzerinnen hier rangiert. Ich muss aber trotzdem sagen, sie hatte Spaß, trotz alledem. Sie haben viel Cha-Cha-Cha getanzt, also das rechne ich Wadim auch hoch an, dass er da nicht einfach sagt, naja, ich bin nur eine Woche hier, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Schaukeln und dann schauen wir, was daraus wird. Er hat wirklich versucht und sie hat jetzt offensichtlich zumindest keine Fehler gemacht, also sie war immer im Takt. Es ist halt einfach, wie du sagst, es war halt nicht das Gelbe vom Ei. Wobei ich sagen muss, in Standard sieht es wesentlich besser aus bei ihr als in den Latein-Tänzen, aber ich glaube, sie hat nicht mehr so viele... In den Latein-Tänzen kann man natürlich viel verkappen, mit der Paar-Tanzhaltung kann man ja viel vertuschen. Hier, gerade bei den latein-amerikanischen Tänzen sieht man natürlich sie komplett dann alleine, dann sieht man natürlich sofort den Fehler, was man bei den Standard-Tänzen in der Paar-Tanzhaltung doch ein bisschen verstecken kann, aber ihre Cha-Cha-Cha-Kreuzschritte und alles Mögliche im Endeffekt sahen so ein bisschen sehr leicht aus. So ähnlich wie Augsburger Puppenkiste, wollte ich sagen. Es war noch nicht ganz ehrlich angekommen. Okay, okay. Aber eins muss ich sagen, egal wie gut oder schlecht jemand tanzt, leider passiert es halt auch immer wieder, dass Lambi, sag ich mal, das Feingefühl bei seiner letzten Reise in Sibirien vergessen hat. Ich glaube, es ist noch weiter weg. Oder noch weiter weg, ja. Ja, das ist, ich habe es selber schon erlebt und es ist wirklich manchmal schwierig, wenn du jemanden hast, der sensibel ist und das ist Anka drin auf alle Fälle. Ich glaube, ihm war es dann schon unmittelbar danach bewusst, weil erst hat er, habe ich ja gedacht, er gibt nur zwei Punkte oder so und dann hat er ja doch drei Punkte gegeben zum Schluss, aber so wie es halt geklungen hat, so es war überhaupt keine Verbesserung oder so zu ihrem ersten Latein-Tanz und ich weiß, wie sich das anfühlt. Damals mit Iris Mareike Stehen war es auch so, da habe ich sehr viel Kritik und Kritik war gar nie das Problem. Es war immer so diese Art, wo man eigentlich nur etwas Schlechtes gesagt bekommen hat, was auch ein bisschen so in die Magengrube ging, teilweise so von der Art und aber daraus nichts ziehen konnte, weil außer, dass ich drei Tage lang verwendet habe, dafür verwenden musste, dass sie überhaupt wieder am Freitag die Show tanzen will und diese Zeit geht natürlich verloren und Ja, du hast recht, also die Wortwahl ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man zum Beispiel die Person trotzdem begeistert weiterzumachen, das ist ja auch ganz was Neues für die und nicht einfach sagen wir, dass da in dem Endeffekt hat er ja damals mit einem, Herr Joachim Lambe, hat damals eine Dame erwähnt, wo Massimo mitgetanzte, die Dame war ein bisschen größer, das sah scheiße aus, sie sollte Standardschuhe anziehen, aber sie könnte durch ihre Größe keine Standardschuhe anziehen, dann kann man eben halt keine Standardschuhe anziehen und ich fand es gut, wie Massimo sich dann vor der Dame gestellt hat, das ist nicht scheiße, sondern wir haben hart daran gearbeitet und sie hat eine tolle Leistung gemacht, sie hat sich geändert und das hat man ja auch gesehen und ich fand auch ganz gut, wie Massimo dann vor seiner Partnerin da gestanden hat und das zeigt ja natürlich auch dieses Teamgefühl, was jeder Partner für seine Partnerin hat, so als Profi zu Amateur und natürlich das gesamte Team, das Tanzteam insgesamt, finde ich ja also sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Wortwahl ist natürlich absolut wichtig. Ich glaube, seine tatsächliche Wortwahl damals bei dieser Situation war und deshalb war es noch viel schlimmer, es war gar nicht so schlecht, es war scheiße. Ich glaube, irgendwie so in die Richtung ging das und da war dann natürlich der Skandal groß. Naja, ganz so schlimm war es jetzt bei Anker drin und war die nicht. Es gab fünf, sechs und drei Punkte. Von mir hätte es hier vier Punkte gegeben und weil sie war im Takt, es hat nicht so ausgeschaut, sie hat viel Chacha getanzt und habe schon schlechteres auch bei Chacha gesehen, muss man auch sagen, ja. Das stimmt auch, wir haben schon einiges gesehen durch die Sendung und einige, die sich ganz gerne in der Position als Litfaßwelle gestanden haben, werden die da um den Herrn herum getanzt haben, haben wir alle schon gesehen. Ja, okay. Also eine Drei hätte es ja auch von mir gekriegt, aber das wäre schon, war knapp. Ja. Okay. Ein Paar, du hast es am Anfang schon kurz angesprochen. Nein, stimmt gar nicht. Das war nicht das Paar, sondern aber auch das Paar, zu dem kommen wir noch, aber erstmal kommen wir zu Lulu und Alex, die einen Slow Fox zu Daddy Cool getanzt haben und ja, wie fandst du das? Also ich finde schon mal, dass Lulu eine sehr gute, schöne Körperspannung hat. Die hat es noch nicht ganz verstanden, wie man es einsetzen soll, aber ich fand es ganz schön, wie die beiden getanzt haben. Es kann natürlich, wie gesagt, wie bei jedem Paar da, noch mehr herausgeholt werden, aber die Bewertung für Lulu war mir dafür zu wenig. Ja, also ich fand das gut. Im Endeffekt muss man hart daran arbeiten, tanzen. Es ist nicht so einfach. Nichts ist so leicht, wie es aussieht, wenn man den Trophy gerade sieht, ja, aber ich hätte sie ja ein bisschen höher bewertet. Okay, interessant. Also ich fand, sie hat, bei ihr, habe ich gesehen, es gab wirklich Passagen, die haben super schön ausgesehen. Also ich, da waren wirklich tolle Sachen. Die Rückfälle, und sehr elegant durchweg, aber es war sehr, also für mich war es sehr viel Licht und Schatten bei ihr in dem Tanz. Es war dann, zum Schluss hin, hat sie ein bisschen abgebaut, da hat man so ein paar Mal gesehen, dass die, die Ärmchen runtergebrochen sind und sie hat selber auch zugegeben und das, das Empfinden hatte ich auch, vor allem, wenn man sich den Tanz von letzter Woche, diesen Charleston von ihr anschaut, wo sie so sicher war, gut, da hat sie zum Schluss einen kleinen Fehler gemacht mit der, mit der Hebefigur, aber, aber ansonsten war der Tanz sehr souverän und, und diese Sicherheit, das hat mir richtig angesehen, das, das war überhaupt nicht da und dadurch waren halt einfach viele kleine Fehlerchen. Das ist mir so aufgefallen, deshalb ist es, ich hätte ihr gerne, so vom Gefühl her hätte ich ihr gerne mehr Punkte gegeben, deshalb kann ich dich da verstehen, aber wenn ich, ich habe es mir so ein bisschen angeguckt und dann sage ich auch, ja, aber bei dem hätte mich das auch gestört und dann von der Jury gab es sieben, sieben, sechs Punkte und ich wäre nicht ganz so, ich wäre auch bei sieben Punkten. Ja, und ich hätte auch die sieben gegeben, ja, ja, und zwar ein bisschen, sage ich mal, eine gut gemeinte sieben, äh, weil, wie gesagt, es gab schon ein paar so Dinge, aber dafür hat sie ein paar Sachen auch richtig gut gemacht, ja, muss ich wirklich sagen und richtig gut ist doch ein Stichwort, oder? Richtig gut hat dir nämlich das nächste Paar anscheinend gefallen, ja, nämlich Sophia und Valentin mit ihrem langsamen Walzer zu Audition. Das war sehr gut, wenn ich das sage, also, das hat mich richtig begeistert, ich hatte, klar, natürlich Sophia in der vorherigen Sendung gesehen, ich habe mir gedacht, naja, okay, durch ihre Bewegungs, noch nicht ganz Freiheit, wird das natürlich schwer, aber ich muss sagen, der hat das sehr gut verpackt, sehr gut vertanzt, die haben mich mit ihrer Geschichte eingenommen, die hat das sehr ruhig getanzt, einen sehr schönen Gesichtsausdruck gehabt, obwohl das nicht die Priorität ist, sondern die Bewegung, die authentischen Bewegungsformen, und was ich ganz toll fand, am Ende hat er sie vorgehen lassen und er ging in das Dunkle zurück. Gentleman-like, elegant, wirklich sehr, sehr gut. Also, die Mädchen hat das sehr, sehr gut gefallen und das war eine tolle Geschichte, sie hat sich anders bewegt, als wie bei den vorherigen Tänzen. Diese Partner-Switch, muss ich sagen, war eine Bereicherung für sie. Habe ich auch so empfunden. Ich hatte das Gefühl, dass der Valentin vielleicht auch seine Art ihr sehr viel Ruhe gegeben hat und so hat der Tanz auf mich gewirkt. Auch sehr ruhig, klar, sehr angenehm, muss ich auch sagen. Ich fand auch, dass ihre Haltung sich verbessert hat. Bei ihr ist immer das Problem, sie hat natürlich sehr viel Muskulatur und dann, wenn da ein bisschen was Ding ist, dann siehst du gleich, siehst du es natürlich, dass die Schultern nach oben kommen. dass die Schultern nach oben kommen. Ich fand, sie haben es beide geschafft, auch eine sehr schöne Stimmung zu kreieren. Das hat mich auch abgeholt und man hat es auch gesehen, man hat es im Einspieler gesehen, dass auch an den Armen und Händen gearbeitet wurde und ich muss sagen, die haben bei BBL auch wirklich sehr gut gefallen. Ich fand, Hände... Es war einfach stimmig. Ja. Stimmig. Und dieses, was du gesagt hast, war noch nicht mal im Ansatz zu sehen, dass sie zum Beispiel durch ihren körperlichen Bau, ist ja auch nicht so schlimm, ihr hat das anders gebaut, aber dass es zum Beispiel nachteilig für sie vorgewirkt hätte, war nicht da. Es war eine sehr schöne, runde Bewegungsform, ein langsamen Walzer, war richtig klasse. Auch das Ende stimmte, der Anfang stimmte. Das war ruhig, das war wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Finde ich auch. Und man hat hier wieder eine Sache für mich gesehen, die manchmal ein bisschen zu kurz kommt, nämlich, wie wichtig nach Körperbewegung, Fußdruck und allem hin und her, aber wie wichtig Arme und Hände sind, um Emotionen wiederzuspiegeln, um die zu transportieren. Und das muss ich sagen, das war für mich in diesem Tanz so das Besondere von der Sophia. und es gibt ein paar Punkte, warum sie jetzt natürlich keine Zehen von mir bekommen hätte. Zum einen, ich habe ein, zweimal das Gefühl gehabt, sie hat ein bisschen mit der Geschwindigkeit Probleme gehabt und war da so ein bisschen hinten dran und es gab so ein paar kleinere Fehler und so ein paar Fußdinge. Aber nichtsdestotrotz, ich fand, sie hat einen guten Schritt nach vorne gemacht mit dem Tanz. Ja, absolut. Ich habe in meinen vergangenen Podcasts immer den Schawung gesucht, ja, und ich habe den auf alle Fälle hier gefunden und von der Jury gab es acht, acht, sieben und ich muss sagen, ich würde hier auch eine gute Acht geben. Es hat mir nämlich wirklich gut gefallen. Also ich hätte eine neun gegeben. Wow, okay. Auch, was du vorhin schon gesagt hast, also zum Beispiel, dass sie teilweise vielleicht vor dem Takt, ich sage mal, die wäre vielleicht rhythmisch sehr fortgeschritten gewesen, aber die waren nicht aus dem Takt, aber rhythmisch und jetzt Takt ist ja was anderes. Takt ist ja, sind die Füße und rhythmisch und körperlich. Ja, das muss man eben halt auch trainieren, wenn du auch und die Kameras da sind, die kommen, die leuchten und die sind tausend Zuschauer und die Millionen zu Hause. Das ist natürlich ein ganz anderer Druck, richtig. Aber ich fand, sie hat mich abgeholt. Sie hat mich abgeholt und das hat mir Freude gemacht, ohne Augen zuzuschlagen, währenddessen diese ganze Show anzuschauen und wie Valentina es eingepackt hat, die Choreografie und das Ende. Das war wirklich ein Highlight. Ich fand es toll. Kann ich unterschreiben. Was ich tatsächlich nicht so gut unterschreiben kann, ist, wie das nächste Paar bewertet wurde, obwohl ich ihn sehr mag und wirklich auch ein toller Typ ist, der auch schon wirklich coole Tänze gezeigt hat. Toni und Marta mit dem Jive, mit dem Lied Take Good Care of My Baby. Also ich kann schon mal, kleiner Spoiler, ich habe ihn hier nicht ganz so gut gesehen, vor allem nicht besser als Sophia und Valentin zum Beispiel davor. Jive ist wirklich einer meiner Lieblingstänze unter anderem. Ja, aber ich will ja erstmal wissen, was du dazu sagst, Michael. Ich fand Toni genauso wie Ann-Kathrin sehr leicht und das war für mich nicht unbedingt, ja, dass Marta sehr viel Arbeit geleistet hat, ist richtig, und auch ihren Satz, wenn sie sagt, das war gut, Profitänze sind auch manchmal Lügner, um erstmal eine Ebene zu kriegen, ja, das war schon besser als vorhin, aber jetzt muss ich noch ein paar höher, ja, also Toni ist da, ja, also ich hätte ihm da eine Zweige geben, das war, hat mich nicht begeistert, er war nicht so, so, so da, das sah sehr leicht gehüpfte, noch gehüpfter aus, als wie bei Ann-Kathrin. Für mich auf der Haben-Seite vom Toni ist immer, er ist, er ist witzig und er hat so eine spritzige, positive Energie, ich fand, ja, das stimmt wohl, es war auch viel getanzt, das kann ich Ihnen auch nicht vorwerfen, also es war jetzt nicht so, dass er nur rumstand und nur gepost hat und seine Kicks fand ich jetzt, waren für mich noch das Beste an dem Jive, jetzt ist eine Sache bei Jive, die Dinge, die bei, und das, tut mir irgendwie so weh dann auch, weil bei manchen anderen wird es dann eben sehr hart angesprochen, eben Tempo beziehungsweise er war für mich, außer die Fernsehübertragung hat was anderes gezeigt, wie es tatsächlich war, er war für mich ein paar Mal aus dem Takt heraus, es gab viele Fehlerchen, die er gemacht hat, die eben auch immer wieder dazu geführt haben, dass irgendwas nicht so geklappt hat und die Grundbewegung war halt, wie du es gerade schon gesagt hast, es war gehopst und Jive ist genau das Gegenteil von gehopst, man hat zwar Bewegungen, die skippen, aber die Bewegung geht immer dadurch, dass du in den Boden tanzt und dadurch eine Rebound-Bewegung entsteht, das ist quasi, ich sage immer, das ist wie, wenn du im Basketball spielst, dann nimmst du auch den Ball, tust ihn von oben nach unten, er geht zum Boden, die Energie geht also immer in den Boden hinein und kommt dann vom Boden wieder zurück und wird dann wieder aufgefangen, damit sie eben nicht einfach in die Luft verpufft und hier ist es halt genau umgekehrt, hier wird der Ball vom Boden immer so nach oben gehüpft und dadurch entsteht eben dieses Hüpf-Rumgehüpfe. Ja, also von der Jury gab es hier für mich leider, ich muss sagen, weil ich ihn eben sehr gerne mag und alles und ich weiß auch, dass es besser kann, aber von der Jury gab es hier 8, 8, 8 Punkte und ich habe mir nur gedacht, also ich bin jetzt echt lieb zu ihm und ich würde ihm gerne mehr Punkte geben, aber ich gebe ihm zumindest mehr als das, was du angedeutet hast, also ich hätte ihm hier 5 Punkte gegeben, das ist nett und du bleibst bei deinen 2 Punkten? Ich bin ehrlich, ja. Okay, ja, fair enough, ich meine, das ist deine Sicht der Dinge. Also es war schade für mich, weil ich, keine Ahnung, was da irgendwie nicht geklickt hat, aber es hat nicht so geklickt. Gewinnspielwort Nummer 3 About. Geklickt hat es schon, finde ich, aber nicht ganz so, wie es hätte sein können bei Gabriel und Anastasia, die auch einen Slow Fox getanzt haben zu Bad Habits und eher eine sehr moderne Interpretation auch. Ja, ich bin, da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst, ja, ob das zu deiner, ich meine, Slow Fox ist ein bisschen der King der Standardtänze, wie hast du das empfunden? Also der Herr Lambi meinte, dass er rhythmisch sehr gut war, er war leider beim Schwebekreuz leicht aus dem Takt und ich empfand, dass er in der Standardhaltung mit dieser Partnerin nicht so gut harmonierte, als wie mit seinen vorherigen. Bei ihm kamen das nicht diese Stärken, wie zum Beispiel die Woche vorher wo er Tango Gentino getanzt hat, das war ja richtig klasse, das war eine Einheit, das war eine Dynamik, das war ein Paarspiel, das war ein intrinsisches, rhythmisches Spiel. Hier war es, wir halten es durch bis zum Ende, nicht so ganz ideal gemacht worden. Die Armhaltung, die außenseitlichen Positionen, die Promenadenposition war alle ein bisschen verkantet. okay gut, die Kameraeinstellung, die lichtet mal von hier, von da, so wird das nicht so, aber für uns Profis, wir sehen das ja sofort. Also ich fand das, ich fand es aber nicht schlecht, dass er versucht hat, den Federschritt, also ein gleitendes Schritt, was wir an der Dame vorbeitanzen oder ein Dreierschritt, was wir mit Zeitenführung machen, hat er versucht da zu bringen, aber es hat da nicht geklappt in dem Moment, wo es eigentlich drauf ankam oder hätte kommen sollen. Hier ist tatsächlich auch von meinem Gefühl her, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass hier die Paarung oder gerade der Gabriel sehr mit diesem Größenunterschied gekämpft hat tatsächlich. Aber ich versuche immer erstmal das Positive immer zu nennen, bevor ich auch auf, also bei den negativen Sachen stimme ich dir zu, definitiv. Ich fand, er hat, ich sag mal, für Slowfox ist ja auch dieses, dieser Flow-Gefühl ist ja auch sehr wichtig und ich finde, er hat es schon, so, ich habe mich schon flowig bei ihm gefühlt. Ich finde, er hat, er ist ja so eine Kelly-Rampensau, haben wir ja schon öfters gehört. Er hat auch tatsächlich dieses Mal wieder, witzig, dass er es selber auch gesagt hat, das war mein erstes Ding, war, ey, das schaut aus wie Kellys in den 90ern. Ja, ja, wie sie, ich kann mich nämlich noch erinnern, die waren ja in allen Städten, ja, die waren auch hier in Ingolstadt bei uns in der, in der Fußgängerzone und haben da gespielt und genau das habe ich hier auch gesehen und ich meine, ich habe mit Malte getanzt und sie hat auch dieses Rampensau-Gen drin und ich denke, da gibt es immer wieder einige aus dieser Familie, die das haben und was mir sehr gut gefallen hat bei ihm oder was mir sehr gut gefällt bei ihm ist, dass er einen sehr guten Fokus hat. Das heißt, wenn er was macht, dann habe ich immer das Gefühl, das macht er oder wenn er auch seine Blicke benutzt, das ist sehr, sehr klar, eben und das finde ich, das haben nicht so viele Menschen, gerade auch bei Let's Dance oder so, dass die mit ihren Blicken, mit ihrer Art und Weise, wie sie eine Aktion machen, dass sie dir das Gefühl geben, so muss das jetzt sein und nicht anders, ob es dann gut war oder nicht, das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber das muss ich sagen. Aber ich muss sagen, auch was der Jorge González gesagt hat, ist, dass er zum Beispiel, wenn er auf die Fläche kommt, er eine eigene Aura hat. Das stimmt. Der hat eine eigene Aura, der hat eine eigene Präsenz, genauso wie, was du gesagt hast, diese, in Klammern, Rampensau. Manchmal braucht man ja auch das. man braucht, ja, logisch. Im positiven Sinne, es gibt ja viele andere und also der hat natürlich eine sehr, sehr gute Präsenz und der Fokus auf seiner Arbeit, muss ich sagen, auch an der vorherigen Sendung habe ich das gesehen, dass sich das auch mir sehr gut gefallen hat, wie er das genau hinkriegt und das fand ich auch ganz toll. Diese Konstellation war diesmal nicht ganz gut für ihn positiv darzustellen, muss ich sagen. Ja. Ja, auch egal, was er versucht hat. Ja, also, ich würde es auch sagen, auf der negativen Seite, wir haben es angesprochen, vielleicht eben aus dem Grund, dass das Größenverhältnis für ihn schwierig war, sich da drauf einzustellen, war die Haltung nicht so, wie man sich das vorstellt. Für ihn, und mir ist es besonders, in seinem linken Arm aufgefallen, in Verbindung mit seinem Kopf, der dann irgendwie immer so ein bisschen abgeknickt ist, da habe ich ein paar Positionen gesehen, wo ich mir jetzt immer wieder gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht ganz. Da hat er, genau, er hat dann schon fast eigentlich in die falsche Richtung geguckt und er hat auf mich auch nervös gewirkt, deshalb habe ich so ein bisschen ein gemischtes Gefühl tatsächlich auch bei ihm. Also die außenseitigen Positionen, die haben da einfach nicht gestimmt bei diesen paar Konstellationen. Ja. Also von der Jury gab es acht, acht, sieben. Ich hätte ihm tatsächlich hier auch eine sieben gegeben. Ja. Und sieben. Auch sieben? Wow. Auch sieben. Sehr gut. Der Mann hat Ahnung. Ja, ist so. Es ist so. So, jetzt kommen wir zu einem Thema. Ja, es gab eine Jury-Show. Zum einen muss ich mal sagen, ich finde es ja, ich finde es toll von der Jury, dass sie sich dem auch stellen. Ich weiß, ich weiß nicht, oder sag mal so, ich bin mir nicht sicher, ob sie selber immer die größte Lust drauf haben oder das unbedingt machen wollen, aber umso besser, dass sie es dann doch gemacht haben. Und wie fandst du denn die Jury-Show? Also vorweg, ich fand unsere Profis, fand ich wieder sensationell cool, haben das super umgesetzt. und, aber ich fand es, wie gesagt, auch schön, dass die Jury so jeder in seiner Fasson gemacht hat. Das ist richtig, sehr gut, jeder in seiner Fasson. Mr. Bojangles bei Joachim Lambi fand ich das auch sehr gut. Und ich habe ihn noch nie so bei den ganzen Sendungen so lange habe bewegen sehen. Das fand ich gut, auch diese schöne Achsen, die er gemacht hat. Das war auch schön, schön verpackt, war sehr schön ruhig, das war okay. Auch selbst, auch mit Vogue und Salsa. Also ich fand seinen, ich fand seinen linken Arm in der Haltung ein bisschen zu tief, wenn ich das mal anbringen darf. In Hamburg fällt eine Tür zu. Aber okay, gut. Ja, okay, gut. Nein, nein, alles gut, war ein Spaß. Für mich, was er da gemacht hat, das sah ruhig aus. Man hat also, er ist abgeholt worden, hat auch das Stück von, Mr. Bojangles, der dann auch sehr gut umgesetzt. Ich mag auch den Sänger sehr, sehr gerne, der das Originalstück dann gesungen hat. Und dann natürlich auch den Vogue und Salsa von Jorge González und natürlich auch der Contemporary in dem Sinne von Motsi Mabuse. Jeden seine Fasson. Der Pandobel angehauchte Contemporary. Ja, ja, wie auch immer. Aber das fand ich nett und jeder seine Fasson hat seine Stärken gezeigt. Das war gut. Ich fand es auch. Es war ein schönes Event, einfach auch, um das mal, um so eine Show auch abzurunden und vielleicht auch, doch auch mal dem einen oder anderen wieder zu zeigen, hey, die können sich schon selber auch bewegen, ja, weil man, wenn das viele Jahre her ist, dann denkt sich der eine oder andere vielleicht, naja, wissen die überhaupt noch, wovon sie reden. Von daher finde ich das schon mal gut, dass man die auch challenged, dass sie da ein bisschen rankommen, ja, ein bisschen. Also die Erfahrung wird einem nie weggehen. Das stimmt wohl. Egal, wie alt man ist oder reif man ist oder auch wenn man zum Beispiel Beinamputation, man weiß, wie die Bewegungen stimmig aussehen, man weiß genau, was dazu gehört, um zum Beispiel da hinzukommen. Wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, nichts ist so leicht, wie es aussieht. Und gerade diejenigen, die hart dafür gearbeitet haben, wissen ganz genau, wie viel Arbeit, wie viel Training, wie viel Zeit dafür kostet, um da hinzukommen, um entsprechend dann im Finale nach fünf Runden vorher so zu tanzen, als ob es gerade die erste Runde gewesen wäre. Ja, also eine Sache, ich finde es super interessant, dass du das ansprichst, weil es ist auch etwas, was mir in meiner Karriere immer wieder aufgefallen ist, dass ich würde sagen, es gab talentiertere Tänzer, Tänzer, die zum Beispiel mit mir angefangen haben zu tanzen. Nur, es ist oft so, wenn jemand sehr talentiert ist, dann hat er am Anfang einen Schub und kommt zu diesem Punkt hin, wo er auch arbeiten muss, weil jeder kommt zu diesem Punkt. Ja. Und dann wird es für diese Talentierten, die wirklich nur auf diesen Talent bis dahin gekommen sind, extrem schwer, diesen Schalter umzulegen und diese Frustrationen zu überstehen, wenn man etwas nicht gleich kann. Richtig. Ich meine, ich, ja, ich kann auch selbst davon Erfahrungen sprechen, ich hatte, früher hatte ich auch sehr viel Talent und habe gedacht, okay, da kann ich mich darauf ausruhen, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich merkte, Moment mal, hier stimmt was nicht, wieso komme ich nicht weiter? Und dann musste ich mich umstellen, also meine ganze Technik muss ich umstellen, meine ganze Bewegungsform muss ich umstellen und plus den Arbeit plus Talent nach oben zu bringen. Ja, und viele scheitern da dran und wollen nicht dran arbeiten und die denken einfach, es ist nur Schiebung hier, das stimmt aber nicht. Es ist harte Arbeit. Ja, definitiv. Und man hat halt natürlich in der Sendung, muss man schon sagen, man hat nur eine begrenzte Zeit für alles, deshalb hilft einem bei so einer Sendung natürlich das Talent am Anfang schon sehr viel mehr, als es, wenn man jetzt das mal über einen Zeitraum von drei, zwei, drei Jahren oder sowas sieht, relativiert sich das wieder. Wobei ich auch sagen muss, auch in der Sendung sind Leute, die vielleicht weniger Talent haben, aber extrem ehrgeizig und extrem, sag ich mal, auch viele Nehmerqualitäten haben in dem Sinne, dass die auch wirklich sich rannehmen lassen von uns und da auch nicht zu zipperlich sind, haben trotzdem die Chance aufzuschließen oder manche Dinge vielleicht sogar besser zu machen. Ja, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, also es gab ja, es wurde ja, wie auch im letzten Jahr dann tatsächlich auch verkündet, wer ausgeschieden wäre und es wäre tatsächlich Lulu gewesen, die ausgeschieden wäre, wie siehst du das? Also mich hat es tatsächlich schon ein bisschen überrascht. Das hat mich auch überrascht, weil ich habe Ann-Kathrin und Badim dafür vorgeschlagen gehabt, Lulu, nein, noch nicht, eher der Toni. Also Ann-Kathrin und Toni wären für mich diejenigen, die also so langsam am Ende des Zuges sind. Lulu, nein, vielleicht hat sie einfach an dem Tag nicht so unbedingt alles zeigen können, aber wie gesagt, egal, gegenüber Jury, Bewertungen oder auch zum Beispiel von den Zuschauern her, die können auch manchmal die ganze Bewertung der Jurymitglieder infrage stellen. Für mich sind Ann-Kathrin zukünftig gesehen, sage ich mal, also ich sehe sehr viel in Marc, in Gabriel, in Sofia auch, ja, jetzt nach diesem schönen langsamen Walzer auch in Sofia und natürlich bei Detlef. Also diese vier sind meine im Endeffekt Kandidaten für die richtungsweisenden Zukunft, was da noch kommen wird. Aus dem, die wollen sich verändern, die lassen sich verändern und die lassen sich auch begeistern für die Atmosphäre der jeweiligen neuen Tänze. Ich stimme dir zu, ich würde hier tatsächlich Jana noch mit dazunehmen, ganz am Anfang, die dieses Mal Massimo getanzt hat. Die, finde ich, auch eine tolle Entwicklung bisher gemacht hat. Aber, das heißt, dich hat jetzt, ist ja eigentlich, muss ich sagen, dich dürfte dann auch nicht überrascht haben, dass der Bonuspunkt, also quasi die Summe aus Anrufern und der Jurybewertung, dass dieser Bonuspunkt an Marc ging. Mich hat es schon ein bisschen überrascht, aber du hast ihm ja zehn Punkte gegeben, also für dich war das ja dann quasi eh klar, dass er den Punkt kriegt, oder? Für mich war es nicht klar, aber ich fand seine Leistung herausragend. Also, ich hätte diesen Punkt natürlich an Sophia gegeben, weil sie hat mich wirklich abgeholt. Also, das war richtig toll. Für Marc, okay, gut, es ist nicht falsch, dass er es erhalten hat, aber der Bonuspunkt ist es eine tolle Sache, dass sie einfach ein gewisses, sagen wir mal, Selbstwertgefühl haben. Ja, ich bin hier richtig, ich weiß genau, wo es lang geht, auch in der kurzen Zeit von Let's Dance-Sendung, ja, aber das ist okay. Ist auch spannend, weil ich glaube, tatsächlich, wenn sowas passiert, also sowohl bei Lulu, dass sie plötzlich dieses, diese, diese Gefahr spürt, doch irgendwie ausscheiden zu können, aber genauso. Haben wir genauso die gesehen damals bei Magdalena Breschka, Die kam wieder und war, war wirklich die hatte dann zumindest das Glück wiederzukommen, ja, und genau, richtig, und hat natürlich das ganze Blatt gewendet, hast recht, das könnte bei Lula auch ähnlich sein. Oder, wie auch bei Marc mit dem Bonuspunkt, der selber, das hat man ihm auch angemerkt, er überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass er diesen Bonuspunkt bekommt, wo dann vielleicht auch plötzlich eine andere Sicherheit kommt und dann vielleicht man gut darauf aufbauen kann. Also ich bin gespannt, was das mit den Kandidaten weiterhin macht und Michael, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, außer du hast noch irgendwelche Worte, du siehst gerade so aus, als hättest du noch was, was du unbedingt loswerden willst. Ja, genau, nächste Woche ist ja Disco Fox dran und ich hoffe, dass es nicht so eine La Paglia wird wie im letzten Jahr, die Disco Fox, also genauso wie der Paso Doble, genauso wie der Langsamer Walzer, alle haben authentische Bewegungsformen, genauso wie auch der Disco Fox und viele denken einfach nur, hier, Arme rauf, runter, ich lege mich auf den Boden, die Dame macht die Beine auseinander und übe, das ist ein bisschen Quatsch, der Disco Fox hat wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Tanzstilform, und hat sie wirklich sehr weit erinnern und ich hoffe, dass sie nichts so heute alles zeigen, anstatt einfach nur... Michael, ich sag mal so, tu jetzt deine Stimmung nicht zu viel davon abhängig machen, weil ich, ich befürchte, ich befürchte, das wird eher wieder so werden, wie es davor war, auch wenn ich mir die Musikauswahl leider auch wieder... Hab ich gehört? Ja, also ich muss sagen, mir hat das immer in der Seele wehgetan, weil ich, ich kenne ja auch, ich meine, wir sind, ich bin auf Festivals, ich bin irgendwo anders, wo Leute Disco Fox tanzen und Disco Fox kann ein richtig cooler Tanz sein, der ähnlich zu Salsa auch ganz viele komplizierte, tolle Figuren hat, viele Variationen, der auch zu richtig cooler Musik getanzt werden kann übrigens, ja, und nicht nur zu Ballermann oder irgendwelchen, geh mal Bier holen oder Fig, 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 Victoria, ja, das tut mir immer in der Seele weh und mir hat es selber in der Seele wehgetan, aber da war für mich auch noch ein großes Problem, das Problem war, ich habe das in den ersten Jahren ernst genommen, viel trainiert dafür und dann war es auf gut Deutsch gesagt für den Arsch, ja, und für den Popo-Klatscher, für den Popo, ja, weil es hat dann doch der gewonnen, der irgendwie ein bisschen Klamauk gemacht hat und so weiter und dann war, habe ich auch gesagt, Leute, ganz ehrlich, warum soll ich jetzt hier so viel Zeit wirklich investieren und ich gebe es zu, für mich war Disco Fox immer nur, ich habe gesagt, pass auf, wir machen hier diese paar Basic-Figuren, wir machen das immer zum Warm-Up und nochmal nach der Mittagspause zum Warm-Up machen wir zwei Lieder und dann nehmen wir die die ganzen Hebefiguren und Tricks, die wir so gemacht haben bis dahin und die bauen wir dann ein, dann machen wir erstmal das eine und dann das andere und dann passt es wieder, das sage ich dir an, wenn es dann soweit ist und dann übt man das ein bisschen und that's it und dann wird es halt eher so eine Klamauk-Nummer, weil du hast gar keine andere Chance, das zu machen und das tut mir in der Seele immer weh, deshalb fand ich eigentlich den Salsa-Marathon tatsächlich cooler, diesbezüglich, übrigens, was ist eigentlich dann, wenn jetzt die Salsa aber nicht als Marathon kommt, warum ist die dann nicht mehr so bei den Tänzen, was, Salsa hatten wir doch nicht als Einzeltanz dann. Ne, oder West Coast Swing wäre auch schon oder Tango Argentino, das wäre ja geil. Ja gut, Tango Argentino haben wir ja im Prinzip manche kriegen Tango Argentino, manche kriegen normalen Tango oder eine Mischform, aber tatsächlich, wo ist die Salsa? Vielleicht weißt du es ja, liebe Let's Dance Produktion, wo ist die Salsa? Jetzt spätestens, wo wir wissen, dass der Disco Fox kommt, wo ist die Salsa? Weil ich fand, Salsa ist ein cooler Tanz. Also mir hat das, ich fand es gut, dass wir keinen Disco Fox Marathon mehr gemacht haben, zumindest in der letzten Show. Ich fand es aber auch schade, weil ich mag Salsa auch als Einzeltanz gerne. Ich gehe auch gerne Salsa tanzen, vielleicht liegt es auch daran, aber ich finde, es ist ein cooler Tanz. Aber nichtsdestotrotz, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich befürchte nicht, dass es viel besser wird in der nächsten Woche, was das betrifft. Und ja, dann bleibt mir jetzt wirklich nur noch mal zu sagen, Michael, vielen Dank, es war mir ein Fest und eine Freude, mit dir in meinem Podcast zu sprechen und deine Expertise zu hören. Danke dir, Christian, danke auch an Martin und ich wünsche euch noch viel, viel Spaß. Wir schauen uns noch weiter Let's Dance Sendung an und da kommen wir vielleicht wieder in Kontakt. Ich danke dir. Sehr gerne. Euch zu Hause auch. Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, es war auch für euch ein Fest. Ciao, ciao, ihr Lieben. Danke. Hey, Lieben, wenn es euch gefällt, wenn euch dieser Podcast auch in Videoform gut gefällt, dann würde ich mich riesig über ein Abo eurerseits freuen. Lasst ein Like da, kommentiert, sagt uns, was wir besser machen können, was euch gefallen hat, welche Fragen ihr habt und klickt die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. wenn ein neues Video kommt.